UNTERTITELUNG 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 Die sieht aus wie ich. Was ist das lange, harte Ding? Meine Mach, Alter. Sie haben ihn reingelegt. Haben Sie schon mal jemanden getötet? Bei einem dreckigen Job. Der Senator muss sterben. Ich kann Sie nicht dazu zwingen. Aber ich kann verdammt nochmal dafür sorgen, dass Sie es bereuen, wenn Sie es nicht tun. Nun... Er ist weg. ...lässt er Sie dafür bezahlen. Wollen Sie damit sagen, dieser mexikanische Tagelöhner ist vom FBI? Er ist gut. Ein echter Gentleman. Er ist böse. Und jetzt soll ich dir helfen, all diese Männer zu töten? Ja, Padre. Mal sehen, was ich tun kann. Und jetzt wird es richtig hässlich. Jetzt komm schon zu mir. Ich kenne die Legende. Vielleicht ist die Legende besser. Das werde ich gleich wissen. Wo warst du? Du hättest eine SMS schicken können. Machete schickt keine SMS. Und Robert De Niro. Die sind Kakerlackert Kalaschnikows und zerstört alles, was hier in die Quere kommt. Machete hat mir eine SMS geschickt, der ist hinter uns war. Ich dachte, Machete schickt keine SMS. Machete improvisiert. Machete. Machete. Wo willst du hin? Den Dreck wegräumen. Den Dreck wegräumen. Den Dreck wegräumen. Machete. 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 Machete.